Hier ist Birgi. Stone, kennst du mich? Nein, nicht mehr wirklich, aber es kann sein. Ja, das Problem ist, ich bin, ähm, ja, ich habe Probleme und es hieß ja, wenn man Probleme hat, kann man sich bei Stärke von der Ära e.V. melden. Okay, wo hast du ein Problem? Ja, das Problem ist, äh, ich möchte gerne bei der Geburtstagsfeier dabei sein und ich, es wurde mir nicht erlaubt. Wieso nicht? Von wem? Oh, ich habe den Namen vergessen, äh, mir wurde gesagt, am 13.8., ich habe erfahren, es ist am 5.8., und ich möchte halt super gerne dabei sein, weil ich habe auch Geschenke, die würde ich gerne mit, halt, verteilen wollen, aber es wurde mir verboten, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Okay, du kannst die Chatprotokolle über Blizzard anfordern lassen. Aha. Ansonsten, sei einfach, ähm, 5.8. um 18.00 Uhr, sie ist ja auf der, auf der Webseite von uns läuft ein Countdown, damit geht die Party. Ah. So unter www.steagoniere.de. Ah. Ja, sei einfach da. Und wie lang geht die? Party, ja, Open End. Aha, und, äh, irgendwelche Live-Auftritte von irgendjemanden? Hm, lass dich überraschen. Und ihr verschenkt dort Gold und, und Items, habe ich gehört? Stimmt das, oder wurde ich da verarscht? Nö, das steht auch auf, erkundige dich einfach, wir verschenken 0,55k Gold, inklusive Epic-Items und so weiter, steht alles im, sogar im Forum mittlerweile von, von Zulu-Held. Das fährst du aber auch auf anderen Servern, keine Ahnung, wo du gerade unterwegs bist. Ja. Den Rest findest auf Elgwin gehört. Auf Elgwin gehört. Der aktuelle Countdown. Ah. Das Problem, ich habe auch, äh, ein Problem bei eurer Seite, wenn ich auf die Seite gehen will, und, äh, mir werden einige Infos nicht angezeigt. Ich wollte mich ein bisschen über die Gilde informieren, und, hab halt... Die Seite ist nämlich vollgepackt, auch mit Hilf und Anti-Hack-Programm und so weiter, das heißt, bei langsameren Rechnern oder, ja, dünneren, sag ich mal, Inet-Leitungen, dauert es halt eine halbe Minute, bis es sich aufbaut, ähm, gönn dir die Zeit, und, dann hast du alles vor dir. Boah, Mann. Das ist das erste Mal, danach gehst du schneller drauf. Echt? Okay. Aber ich hab da schon alles probiert, und es geht aber nicht, und, kannst mir, wissen, da hast du kurz, kannst du mir einen kurzen Einblick über deine Gilde geben, oder, die Gilde, damit ich doch ein bisschen Bescheid weiß, wenn ich zur Geburtstagsfeier komme? Brauchst du nur auf die Webseite gehen. Es funktioniert halt teilweise nicht, keine Ahnung, wieso. Muss funktionieren. Also, wir sind ja auch drauf. Es muss gehen. Ja, denn, du hast die falsche geladen. Die Webseitenadresse ist www. Ja, und dann kommt so eine Hymne, und dann baut sich alles, kommt so eine komische Hymne, und dann baut sich alles total, alles verpixelt, alles mega hohe Auflösung, und ich krieg's einfach nicht hin. Und ich wollte halt mich gerne über die Gilde informieren. Da musst du eigentlich nur einen Augenblick warten, und dann... Hab ich alles probiert. Nicht am Single-Koch-Rechner. Alles probiert. Philosophie, ne, das würde mich schon interessieren. Ja, uns gibt es das Allianzen-Flag auf elf Servern. Steck und Ehre hier auf Sumo-Head hat im Augenblick 282-Memmer. Boah. Insgesamt sind wir 1424 im Augenblick. Ja, das waren die... Aber mehr Infos bekommst du auf der Webseite. Also, du müsstest eigentlich drauf kommen können, weil alle anderen kommen auch drauf. Vielleicht, ja, keine Ahnung, an der Madron kann's nicht liegen, weil alle anderen kommen auch drauf. Ja, gut, da wär ich mich mal bemühen, da drauf zu kommen und Infos holen. Na gut, dann sag ich mal bis zum 5.8. und wir werden Spaß haben. Punkt 18 Uhr. 18 Uhr, alles klar. Es wird Spaß haben, wir haben auch ordentliche Hühne eingeladen. Es wird lustig. Ich freu mich. Alles klar. Tschüss. Danke, Herr. Melde dich übers Kontaktformular. Yo. Ciao. Hab's lieb. Hier ist Bürgi. Stone, kennst du mich? Ähm, nein, nicht mehr wirklich, aber es kann sein. Ja, das Problem ist, ich bin, ähm, ja, ich hab Probleme und es hieß ja, wenn man Probleme hat, kann man sich bei Stärke von der Ära e.V. melden. Okay, wo hast du ein Problem? Ja, das Problem ist, äh, ich möchte gern bei der Geburtstagsfeier dabei sein und ich, es wurde mir nicht erlaubt. Wieso nicht? Von wem? Oh, ich hab den Namen vergessen. Äh, mir wurde gesagt, am 13.8., ich hab erfahren, es ist am 5.8. und ich möchte halt super gern dabei sein, weil ich hab auch Geschenke, die würde ich gern mit, halt, verteilen wollen, aber es wurde mir verboten. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Okay, du kannst die Chat-Protokolle über Blizzard anfordern lassen. Aha. Ansonsten sei einfach um 5.8. um 18.00 Uhr, du siehst ja auch da, auf der Labseite von uns läuft ein Countdown, damit geht die Party. Ah. So unter www.steagoniere.de. Aha. Ja, sei einfach da. Und wie lang geht die? Party? Ja, Open End. Aha. Und, äh, irgendwelche Live-Auftritte von irgendjemanden? Hm. Lass dich überraschen. Und ihr verschenkt dort Gold? Und, und Items, hab ich gehört? Stimmt das, oder wurde ich da verarscht? Nö, das steht doch auf, erkundige dich einfach, wir verschenken 0,55k Gold, inklusive Epic-Items und so weiter, steht alles im, sogar im Forum mittlerweile von, von Zulu-Held. Das fährst du aber auch auf anderen Servern, keine Ahnung, wo du gerade unterwegs bist. Nö. Den Rest findest auf Elgwin gehört. Auf Elgwin gehört. Auf Elgwin gehört. Da ist der aktuelle Countdown. Aha. So. Das Problem, ich hab auch, äh, ein Problem bei Euroseite, wenn ich auf die Seite gehen will, und, äh, mir werden einige Infos nicht angezeigt, ich wollte mich ein bisschen über die Gilde informieren, und, hab halt... Die Seite ist nämlich vollgepackt, auch mit Hilfs und Anti-Hack-Problem und so weiter, das heißt, bei langsameren Rechnern oder, ja, dünneren, sag ich mal, E-Net-Leitungen, dauert halt eine halbe Minute, bis sich aufbaut, ähm, gönn dir die Zeit, und dann hast du alles vor dir. Boah. Das erste Mal, danach gehst du schneller drauf. Echt? Okay. Ja, ich hab da schon alles probiert, und es geht aber nicht, und, kannst mir, wissen, da hast du kurz, kannst du mir einen kurzen Einblick über deine Gilde geben, oder, die Gilde, damit ich doch ein bisschen Bescheid weiß, wenn ich zur Geburtstagsfeier komme? Brauchst du nur auf die Webseite gehen. Es funktioniert halt teilweise nicht, keine Ahnung wieso. Muss funktionieren. Also, wir sind ja auch drauf. Es muss gehen. Leider, du hast die falsche geladen. Die Webseitenadresse ist www. Ja, und dann kommt so eine Hymne, und dann baut sich alles, kommt so eine komische Hymne, und dann baut sich alles total, alles verpixelt, alles mega hohe Auflösung, und ich krieg's einfach nicht hin. Und ich wollte halt mich gerne über die Gilde informieren. Da musst du eigentlich nur einen Augenblick warten, und dann... Hab ich alles probiert. Nicht am Single-Koch-Rechner. Alles probiert. Ich hab bloß eine kleine Info, so über die Gilde, wie's nicht. Ja, dann frag halt einfach. Ich hab grad zwei Minuten Zeit. Mhm. Dann musst du BGs machen. Das ist doch schlecht. Frag einfach. Ja, wie bitte? Noch da? Ja, ja. Ja, ich stelle deine Frage. Ja, wie viel Mann seid ihr, wie viel Surfer seid ihr vertreten? Was ist eure Philosophie, ne? Das würde mich schon interessieren. Ja, uns gibt es das Allianzen-Flag auf elf Servern. Steck und Ehre hier auf Subuheld hat im Augenblick 282-Member. Boah. Insgesamt sind wir 1424, 26 im Augenblick. Ja. Das waren die... Aber mehr Infos bekommst du auf der Webseite. Also, du müsstest eigentlich drauf kommen können, weil alle anderen kommen auch drauf. Vielleicht... Ja, keine Ahnung. An einem Adon kann's nicht liegen, weil alle anderen kommen auch drauf. Ja, gut, da wäre ich mich mal bemühen, da drauf zu kommen und Infos holen. Na gut, dann sage ich mal bis zum 5.8. Und wir werden Spaß haben. Punkt 18 Uhr. 18 Uhr, alles klar. Es wird Spaß haben, wir haben auch ordentliche Hühne eingeladen. Es wird lustig. Ich freue mich. Alles klar. Tschüss. Danke, Herr. Melde dich über das Kontaktformular. Yo. Ciao. Habt's lieb. Hier ist Birgi. Stone, kennst du mich? Nein. Nicht mehr wirklich, aber es kann sein. Ja, das Problem ist, ich bin... Ja, ich hab Probleme und es hieß ja, wenn man Probleme hat, kann man sich bei Stärke und Ära e.V. melden. Okay, wo hast du ein Problem? Ja, das Problem ist, äh... Ich möchte gern bei der Geburtstagsfeier dabei sein und ich... Es würde mir nicht erlaubt. Wieso nicht? Von wem? Oh, ich hab den Namen vergessen. Mir wurde gesagt, am 13.8. Ich hab erfahren, es ist am 5.8. Und ich möchte halt super gern dabei sein, weil ich hab auch Geschenke. Die würde ich gern mit halt verteilen wollen, aber es würde mir verboten. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Okay, du kannst die Chat-Protokolle über Blizzard anfordern lassen. Aha. Ansonsten sei einfach um 5.8. um 18 Uhr, du siehst ja auch da auf der Labseite von uns läuft ein Countdown, damit geht die Party. Und? Ach. So unter www.stagoniere.de. Aha. Ja, sei einfach da. Und wie lang geht die? Party, ja Open End. Aha, und irgendwelche Live-Auftritte von irgendjemanden? Hm, lass dich überraschen. Und ihr verschenkt dort Gold und Items, hab ich gehört? Stimmt das oder wurde ich da verarscht? Nö, das steht doch auf, erkundige dich einfach. Wir verschenken 0,55k Gold, inklusive Epic-Items und so weiter. Steht alles im, sogar im Forum mittlerweile von, von Zulu-Held. Du bist aber auch auf anderen Servern, keine Ahnung, wo du gerade unterwegs bist. Ja. Den Rest findest du auf Equin gehört. Auf Equin gehört. Das war der aktuelle Countdown. Aha. Das Problem ist, ich hab auch ein Problem bei eurer Seite, wenn ich auf die Seite gehen will und mir werden einige Infos nicht angezeigt. Ich wollte mich ein bisschen über die Gilde informieren und hab halt... Die Seite ist ziemlich vollgepackt, auch mit Hilf und Anti-Hack-Rüben und so weiter. Das heißt, bei langsameren Rechnern oder, ja, dünneren, sag ich mal, Inet-Leitungen. Dauert halt eine halbe Minute, bis sich aufbaut. Gönn dir die Zeit und dann hast du alles vor dir. Boah. Das ist das erste Mal, danach gehst du schneller drauf. Echt? Okay. Boah, ich hab da schon alles probiert und es geht aber nicht. Und kannst du mir, wissen, kannst du mir einen kurzen Einblick über deine Gilde geben? Oder die Gilde? Damit ich doch ein bisschen Bescheid weiß, wenn ich zur Geburtstagsfeier komme. Brauchst du nur auf die Webseite gehen. Es funktioniert halt teilweise nicht, keine Ahnung, wieso. Muss funktionieren. Also wir sind ja auch drauf. Es muss gehen. Seitdem du hast die falsche geladen. Die Webseitenadresse ist www. Ja, und dann kommt so eine Hymne und dann baut sich alles, kommt so eine komische Hymne und dann baut sich alles total, alles verpixelt, alles mega hohe Auflösung und ich krieg's einfach nicht hin. Und ich wollte halt mich gerne über die Gilde informieren. Da musst du eigentlich nur einen Augenblick warten und dann... Hab ich alles probiert. Nicht am Single-Korechner. Alles probiert. Ich hab bloß eine kleine Info über die Gilde, weiß nicht. Ja, dann frag halt einfach. Ich hab grad zwei Minuten Zeit. Hm. Dann musst du BGs machen. Das ist doch schlecht. Frag einfach. Ja, wie bitte? Noch da? Ja, ja. Ja, ich stelle deine Frage. Ja, wie viel Mann seid, auf wie viel Servern seid ihr vertreten? Was ist eure Philosophie, ne? Das würde mich interessieren. Ja, uns gibt es das Allianzen-Slag auf elf Servern. Steck und Ehre hier auf Subuheld hat im Augenblick 282-Memme. Boah. Insgesamt sind wir 1424, 26 ist es im Augenblick. Ja, das waren die... Aber mehr Infos bekommst du auf der Webseite. Also, du müsstest eigentlich drauf kommen können, weil alle anderen kommen auch drauf. Vielleicht, ja, keine Ahnung, an der Madron kann es nicht liegen, weil alle anderen kommen auch drauf. Ja gut, da wäre ich mich mal bemühen, da drauf zu kommen und Infos holen. Na gut, dann sage ich mal bis zum 5.8. und wir werden Spaß haben. Punkt, 18 Uhr. 18 Uhr, alles klar. Es wird Spaß haben, wir haben auch ordentlich eingeladen. Es wird lustig. Ich freue mich. Alles klar. Tschüss. Danke, Herr. Melde dich über das Kontaktformular. Yo. Ciao. Hab's lieb.